Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Survivor. Wie ihr seht, seht ihr nix außer Benni, Nick und Gerd. Hallo zusammen. Hallo. Mir ist da ein kleiner Fauxpas passiert, beziehungsweise irgendwas hat sich da überschnitten in einem Crash, als ich die Welt sichern wollte. Denn wir haben eine neue Server-IP, weil der alte Server abgelaufen ist und bla und blub. Ja, Ende vom Lied ist, alles ist futsch. Heißt im Umkehrschluss, dass man dieses Rune da gerade tierisch auf den Sack geht. Das heißt das im Umkehrschluss? Das heißt das im Umkehrschluss. Nein, heißt, aua, heißt im Umkehrschluss, wir fangen eigentlich so komplett von vorne an. Damit das für euch aber nicht zu langweilig wird, werden wir in den Offline-Phasen, in denen wir nicht aufzeichnen, immer noch ein bisschen an der Welt weiterbauen, um irgendwann vielleicht mal wieder so halbwegs auf den Stand zu kommen, auf dem wir gewesen sind. Vorteil an der ganzen Geschichte ist, wir können jetzt natürlich direkt drauf losbauen und alles, weil wir ja wissen, wo wir am Ende eigentlich hinwollen. In diesem Sinne kann ich euch viel Spaß wünschen und mir den Zettel vollidiot, ob ich schön kleben. Machst du das selbst auch? Ja, aber so wie das hier aussieht, bauen wir jetzt hier oben, ja? Bauen wir uns jetzt eine Berghütte? Ich weiß nicht, weil hier ist halt nicht besonders viel. Wir bauen uns eine Berghütte. Wir laufen ein paar Hühner rum und das war's. Ja, den Rest müssen wir uns dann besorgen. Ja, gut, du machst das diesmal. Ich dachte halt nur, der Ort ist so an sich relativ unspektakulär zum Bauen. Na, den kann man ja noch spektakulär machen. Ich sammle hier mal ein paar Weizenbrüche. Ich auch. Wasser haben wir hier oben ja schon mal, das war schon mal gut. Komm her, komm! Du Huhn, du bist mir eben schon auf den Keks gegangen. Nee, das, was dir auf den Keks gegangen ist, hab ich getötet. Nur wenn dir das Huhn richtig auf den Keks geht, dann ist es das Huhn. Ja. Nein. So, der Nick ist, freut sich total, dass wir wieder Minecraft machen. Ja, sicher. Na, komm! Oh, komm, du bist auch, komm, den hat ja auch klappt. Komm, her jetzt, komm, hier, hin, komm! Warte mal, ich mach mal. Jetzt hat das Huhn vor Schrecken ein Ei gelegt. Eigentlich wollte ich, äh, oh, das war die falsche Zeit. Das ist Nacht, das ist noch besser. Äh, Nick! Ja, ja. Danke. Danke. Nee, es war dunkel. Ja. Der Vorteil, oh, ah, 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 ah. Der Vorteil ist, wenn wir hier bauen, guck mal, wir haben hier Felsen und wir haben da drüben direkt einen großen Berg mit Mine. Da hinten ist die Wüste. Also, das passt schon irgendwie alles. Wir haben hier auch irgendwie eine Höhle oder irgendwas. Ja. Wir haben auch wieder Tintenfische, die Mario kaputt kloppen können. Ich mach mich mal nützlich und fäll mal hier in den Baum. Ich hab irgendwie... Achso, da hinten. Ach, da hinten sind welche. Oh, ich hab direkt... Oh, 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 da unten steht ne Hexe. Okay, gut, da geh ich erstmal nicht rein. Doch, lauf hin. Nein. Wenn du's vormass. Gleich, wenn ich mich wehren kann. Ja. Ich find das lustig, ich hab, ähm... Ich muss übrigens mal einen ganz kurzen Cut bei mir machen. Äh, ich muss auf 60 Frames umstellen. Oh. Hat du nicht gemacht? Nein, äh, hab ich nicht gemacht. So, ich geh mal gerade ganz kurz da rüber. Boah, es wird gleich schon wieder dunkel. Ja. Ich sammle hier auch jetzt mal gerade ein bisschen Holz. Benni, es gibt auch noch andere Bäume. Oh. So, da ist er wieder. Ja, jetzt... Ja, das sieht viel schöner aus. Jetzt hab ich auch auf 60 Frames umgestellt. Hahaha. Mein Fehler. Kann passieren. Ja, dadurch, dass Gerd und ich jetzt so viel Far Cry aufgenommen haben, hatte ich die 30 Frames noch drin. Ach, geht das nur auf... Mit der Aufnahme nur auf 30? Nein, es geht auch auf 60. Äh, aber... Bei Far Cry weiß man, äh, nie, wie sich das hält oder nicht hält. Oder... Wow, warum hab ich denn hier so ein Flame... So ein leicht Flackern, wenn ich in den Himmel gucke? Egal. Äh... Man, du blöde Scheißkatze. Ohne mit... Mist, ey. Ohne mit... Ohne mit... Ohne mit... Ja, ohne mit... Das ist... Das ist, wenn du... Wenn du... Wenn du Mist und Witz klickst. Alter, ich seh gar nichts mehr. Du blöde... Scheißkatze ohne Miet. Echt dunkel, ja. Hab ich die Helligkeit irgendwie? Ne, die Helligkeit ist auf hell. Ja, du könntest einfach mal wieder den... 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 Den Timecode eingeben. Ja, aber irgendwann wird ja auch halt auch mal Nacht, ne? Dann machst du halt nix. Ja. Ich weiß gar nicht. Sollten hier jetzt nicht eigentlich Mobs spawnen? Ja, kommt gleich. Beschwer dich lieber nicht. Gut. Ne, ich beschwer mich nicht. Wobei, wenn ich Richtung Mond schaue, dann seh ich so ein bisschen was. So grobe Umrisse. Was ist denn jetzt passiert? Alter, was war das? Ich hab das... Ich hab das Huhn... Ich hab das Huhn hier ver... Verliebt gemacht, ne? Ja. Und sag aus Spaß, hier ist ein Mob und hier in der Ecke... stand ein Creeper und der ist in dem Moment explodiert. Ich hab den gar nicht gesehen. Sehr clever, Mayo. Alter, ich seh überhaupt nix. Vor allem, weil dir auch noch die Sonne auf dem Bildschirm scheint. Was auch Gerd, guck nach da. Da ist nämlich ein Enderman. Ich hab's grad gesehen. Enderman, ich komme! Wo ist der Enderman? Ja, ich... Ich hör ihn. Da hinten, glaub ich. Wo seid ihr denn? Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Äh, Zombie, Zombie. Oh. Guck mal, ich bin Veganer. Ich mach uns jetzt erstmal ein bisschen Kohle. Damit ich zumindest was sehen kann. Guck mal, ich bin Veganer. Ich verklocke die Zombie. Und genau mittendrin steht, ist ein Enderman. Ja. Ja. Gerd? Ja? Wir spielen jetzt Minecraft vegan, ne? Okay. Ich verkloppe Zombies mit Weizenkörnern. Ach. Okay, dann nehm ich nen Kürbis. Da ist... Oh, Skelett, Skelett, Spinne. Hat jemand Holz? Ja, ich... Weil ich trau mich jetzt nicht mehr, um diese Holzmauer da rein zu gehen. Ich habe... Komm zu mir. Ja, ach, da hinten bist du. Mein Gott, wie viel Schläge mit dem Kürbis kann der ab? Ich bin umzingelt. Äh, nicht nur du. Da. Äh. Da. Ähm, Mayo? Ja? Pass auf, hinter dir. Was baut ihr denn hier schon wieder für einen hässlichen Erdklotz? Kripa, Kripa, Kripa! Wollte zumindestens mal ein bisschen Schutzwall bauen, aber irgendwie... Hat gut funktioniert. LOL! Oh Gott, ey, hab ich mich erschrocken. Alter! LOL! Tschüss! Nein! Boom! Äh, Gerhard? Mhm. Immerhin ist da jetzt kein Creeper mehr. Ist da noch der N? Na? Ne, hast du irgendwas gesehen? Was soll ich denn gesehen haben? Ja, der ist gerade an mir vorbeigelaufen, aber ich glaube, drin ist er nicht. Guck einfach mal. Doch da hinten. Da hinten links steht er. Ah, okay, dann warte ich mal jemanden mal kurz. Alter, ist das hier der Walking Dead oder was? Ich helfe euch mal. Oh, hier ist Wasser. Ähm, wir brauchen... Null! Oh Gott, Hilfe, weg! Ich muss hier weg. Ich muss weg. Ich bin zu dumm. Nein! Da läuft ein Creeper rum. Oh, oh, ich bin tot. Enderman. Ne, noch nicht. Warte mal, ich helfe dir. Äh, scheiße, hier drin steht auch ein Creeper. Ja, wir haben gerade ein kleines Problem hier. Mit zwei Zombies. Ja! Spine? Äh. Ja! Ich bring Gäste mit! Leute, ich hab zweieinhalb Herzen, also... Die brauchen mich nur schief angucken und ich bin tot. Ja, wir passen auf. So. So. Ist hier... Ach... Nick, du hast ein Pfeil im Kopf. Hahaha. So. Zumindest mal ein bisschen ausgeleuchtet. Joa. Äh, irgendjemand müsste meine Sache aufgesammelt haben. Ja, ich hab dein Zeug aufgesammelt, weil ich vor lauter Panik einfach hier hinten hingerannt bin. Ja. Ähm. Ähm, ich stell hier mal grad ne Workbench hin, ja? So. Ja. War das dein Zeug? Ja. Obwohl, ich hab noch ein Holzschwert. Holzschwert hab ich keines eingesammelt. Okay. Ja, egal. Mach ich mich einfach ein neues. Hab ja genug. Darf ich dein Holzschwert behalten? Ich hab's grad gefunden. Jetzt steht irgendwo da hinten ein Ofen rum. Ach, der ist da. Nein. Aber ich hab die Sachen, ich hab die Sachen. Danke. Wow, 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 wow. Alter, da kommst du um die Ecke und dieses fucking Skelett haut dich direkt um, ey. Also wir müssen uns definitiv vom Essen kümmern, wenn Tag ist. Das macht dezent viel Schaden, das macht dezent viel Schaden. Sweeper! Der ist tot. Skelett tot. Nee, das Skelett ist nicht tot, es lebt noch. Und ich bin auch tot. Also wir müssen auf jeden Fall Hühner töten und Weizen anbauen, aber halt nicht alle. Okay, scheiße, ich bin tot. Aua. Nein, 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 oh Gott. Alter, das ist so. Nein. Oh. Alter. Ab doch. Aber warum hab ich keinen Ton? Scheiße. Ja, da liegt mein Zeug drin. Ich bin da reingesprungen, weil ich das Loch nicht gesehen hab und den Zombie erst recht nicht. Oh, oh. So. Hast du jetzt ein Skelett angelochen? Noll. Ja, er hat ein Skelett angelochen. Nein, nein, wir werden beide Elend, die sterben in dem Wasserloch. Ich bin draußen. Ich wundere mich nur gerade, ich hab gar keinen Ton hier im Geals. Dann, äh, nimm das, äh, Resource-Pack nochmal raus, also stell nochmal auf Default und nochmal auf, äh, das Resource-Pack. Ich bring noch mal Kundschaft mit. Manchmal, manchmal nimmt er dir den Sound raus, wenn du das wechselst in den Neustartus. Ja. Alter. Also runter vom Server nochmal. Ich hab ein Problem. Glaube ich. Äh, ich auch. Ich bin, was, hier geht's runter? Warum? Nein, lass mich in Ruhe jetzt, ich mach doch gar nichts, lass mich doch in Ruhe. Aber es wird gleich, es wird gleich Tag, also ich hab jetzt gar nichts mehr. Ich hab im Moment auch nichts, ich lauf einfach nur weg, ich, äh, Alter. Äh, wer hat denn meine Sachen eingesammelt? Lass mich in Ruhe. Spinne, Spinne, Creeper-Zuppie-Sit. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier bin. Oh, 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 oh. Nick, ich hab ein Problem. Äh, ich glaub, wir haben beide ein Problem. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ja, ich lock die doch schon weg. Komm, komm, putt, putt, putt. Oh, 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 oh. Ey, jetzt stehen hier zwei Skelette drin. Weg. Oh, oh. Putt, 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 putt. Aber das eine hat mich noch nicht gemerkt. Putt, 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 putt. Die bemerken mich alle gar nicht. Alter, hier drin ist so fett Party. Oh, oh. Tot. Die bemerken mich hier alle gar nicht. Aber meh. Noch eine Spinne. Oh, shit. Alter, egal, wo du hingehst, hier stehen Skelette. Ey, ich bin der, bin ich der Spinnenfüße? Boah, oh Gott. Scheiße. Mayo, hattest du die Sache? Endermel, 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 Endermel. Nein, ich bin wieder in dieses scheiß Wasserloch gefallen. Ach, fuck. Aber es wird jetzt Tag. Oh, ups, sorry. Oh, was war Benni? Ich dachte, jetzt gerade hinter mir wäre schon wieder ein Creeper hochgegangen. Oh, 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 oh. Oh, ich habe eine Holzspitzhacke. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, ist ja erstmal ein super Resultat. Erste Nacht vorbei und ich habe überhaupt gar nichts mehr. Ich auch nicht. Ich das Skelette kriegen könnte. Nein, nein, nein. Alter, ey, hier sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld. Wer hat denn hier sein Zimmer nicht aufgeräumt? Ach, Mann. Ich habe eine Spinne gefahren. Ja, ich muss das Skelett kaputt kriegen, weil da die Sachen unten drin liegen. Ähm, da ist eine Spinne drin. Ja, aber die greifen tagsüber nicht mehr an. Nein, greifen sie nicht. Nein, ich habe ein Problem. Ich habe jetzt zwei Spinne-Elfe. Oh Gott. Soll ich was sagen? Hier ist noch ein neues Skelett.